Hallo meine Freunde, herzlich willkommen. Eine neue Runde Rust. Ja, da muss ich mir vorstellen. Hallo, wo läufst du hin? Du läufst in die falsche Richtung. Wir müssen unterwegs noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ich musste Bert eben überreden, die Ansage zu machen. Ich denke, ihr stimmt mir zu, dass diese Überredungskunst die richtige war. Es hat zumindest gewirkt. Auf, auf. Hast du Freitagster 13 in Teil 2 gesehen? Soll ich dir mal die beste Szene zeigen? Soll ich dir nochmal helfen, dein Haus einzureißen? Nicole, wartet, dass du dich heute ein bisschen Holz mitnehmen? Hilf dir mal. Pass auf, einmal Kartencheck. Wo genau geht es jetzt hin? Jetzt ist mir zu heiß. Also, es geht jetzt erstmal nach Osten zur Wasseraufbereitungsanlage. Wollen wir denn, wo ist unser, da oben sind wir. Wollen wir denn circa bei der Bergkette, die da ist, dazwischen, wollen wir da denn circa mittig denn irgendwo ein Häuschen bauen? Da würde ich sagen, dass wir das Häuschen da an diesen Fluss bauen, der da reinkommt. Also, erstens, erstens, zweitens, ist das so ein bisschen mittig, der Map? Naja, mittig wäre der Bär. Es ist halt mittig von unserem, von uns zur Wasseraufbereitungsanlage. Ja, da ist doch ein guter Platz, ja. Oh, wir hatten da Futter. Warum bin ich bei 133? Ich war doch eben bei über 200. Was denn? Essen? Ja. Oder Wasser? Ja, das kann ich dir erklären, weil es nachts über kalt war. Da habe ich ja was ange... Ja, und mir war trotzdem kalt, das ist das komische. Ja, aber wenn dir kalt ist, verbrauchst du mehr... Na gut, dann müssen wir unterwegs, müssen wir was zu essen finden. Geh weg von mir. Ja, aber du bist nicht rasiert. Au! Ich habe dir das gesagt, ich wehre mich. Ich muss ihn echt töten, es wird nichts... So. Hier wird niemand getötet, los. Wer läuft denn vor? Vergess nicht die Mission. Ich habe dir ja gesagt, du sollst mir nicht unter den Rock gucken. Hör mal, du bist echt kein Gentleman. Nö, nö, lauf doch mal vor. Mhm. Ist mir schon klar. Jetzt habe ich nur 160 Essen. Gentleman war er noch nie. Nee, ne? Mal gucken, ob ich unterwegs... Aber ich glaube, hier wird es schwierig, ne? Mit Essen fliegen. Wann können wir eigentlich endlich mal angeln? Das ist eine gute Frage. Nee, gut, man hat ja Reusen, ne? Man hat ja Reusen. Nein, ich habe gerade keine Reuse. Aber die kann man sich ja herstellen. Kann man. Aber das ist kein richtiges Angeln. Muss man aber nicht. Sachtest du nicht, dass du... ...gar nicht reingucken wolltest? Ja, aber hier wollte ich jetzt einmal reingucken. Habe ich auch. Und? Oh, ich habe eine Plane. Super. Jetzt habe ich zwei. Das ist ein Keks. Mhm. Nee, er kriegt eine Plane. Mhm. Na. Dann nehme ich mir jetzt auch noch ein bisschen weg. Da vorne läuft was Essbares. Zu hot, sagt er mir immer noch. Warum? Ja, dann zieh dich doch mal aus, man. Habe ich doch schon. Ich habe doch nur noch Holz an. Yeah, one shot. Sehr schön. Da fällt mir gerade ein Lied ein. Ich bin der Shooter-King. Mhm. Guck mal, wir werden mir immer einen Stein klauen. Gar nicht. Doch. So, wenn wir denn das Häuschen bauen, dann packen wir da ein Lagerfeuer rein und dann können wir ein bisschen Schwein brutzeln. Oh, das ist sehr gut. Ich bin da. Ansonsten haben wir auch noch Bär. Dann nehme ich diesen Baum mit. So, wo wollt ihr euch denn hier jetzt platzieren oder was? An den Fluss. Ist das ein Fluss? Ist ein Fluss, ne? Also noch eine ganze Ecke weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst nicht zu. Manchmal? Nein, aber hier ist ja noch kein Fluss. Deswegen frage ich, weil hier schon... Ja, aber wir brauchen Holz. Ja, meinst du nicht, da gibt es Bäume en masse? Ähm, gibt es hier Bäume en masse? Nein. Wir können nicht wissen, ob es da Bäume gibt. Du nimmst ja auch jeden Stein mit, warum soll ich nicht jeden Baum mitnehmen? Ja, dass wir den Stein machen, ja, wegen Syrah. Damit sie kein Ziel wird. Die Steine interessieren mich unterwegs. Brauchst du dir keine Gedanken machen. Hat denn einer von euch eine Blaupause mit? Nö. So, mach mal gleich kurz einen. Kann man sich ja schnell machen. Ja. Wie sie da beide vor dem selben Stein hocken. Schlimm, ne? Weil der sich einfach zu mich gehockt hat. Ich sag dir dat. Mhm. Ich finde, ich finde einen Stein, ich finde einen Stein, ich finde einen Happen. Oh, mein Teil. Wo willst du denn du hin? Stein. Er hat einen Stein gefunden. Halt doch mal deinen Scheißstein. Äh. Ich bin jetzt übrigens so ein bisschen geradeaus gelaufen. Ah, ich bin gegen einen Kaktus gelaufen und habe jetzt eine Blutung von einem dusseligen Kaktus. Wirklich? Ich sehe einen Wolf. Und ich kriege meine Bandage und ich nehme deine Bandage in die Hand. Ja, dann warte mal kurz noch mit dem Wolf, bis wir alle da sind. Mhm. Würde ich aber. Ich weiß nicht. Der Laufzeitkratz müssen an mir vorbei. Mal gucken. Nein, jetzt hat er mich gefunden, glaube ich. Dann hast du aber auch selber Schuld. Ich weiß gerade nicht. Und jetzt hat er. Ach, da. Du musst in die andere Richtung laufen. Nö. Okay. Der ist weg. Ach so. Ich habe mir das Leben ein wenig einfach gemacht. Jetzt hast du sogar die Auswahl an Fleisch. Bär, Wolf oder Wein? Wein. Oh, nein, mein Bärenfleisch. Nein, mein Fleisch. Ach, guck mal, ich sehe gerade, ich habe auch noch was Gebratenes dabei. Das kann ich dir geben. Das wäre gut. Wer nimmt mal das Fleisch mit? Dankeschön. So, hier. Ja, dazu müsste ich jetzt mal, oh, mein Gott, wo ist es denn da? Ein Hähnchen. Du kannst auch aufrecht essen. Nein, ich dachte mir nur für den Fall der Felle, weißt du? Was ist das denn? Was denn? Ach, das ist eine Pflanze. Von hier aus sieht das aus, als wenn da jemand hinten am Felsen steht. Ich habe nur, dummer, dummerweise, habe ich jetzt keinen Inventarplatz mehr. Ich bin vom Prinzip her eigentlich auch voll. Aber naja, gut, ihr wollt sehr weiter. Ist ja auch nicht das Problem. Also, ich kann ja noch ein bisschen... Wir können uns auch in die Hütte gleich eine oder zwei Kisten stellen und uns da erstmal rein entlernen oder später holen. Bad sei nicht immer so zickig und kompliziert. Was? Genau, Bad. Also, wenn Bad eins nicht ist, ist es zickig und kompliziert. Ja, ne, wo seid ihr denn? Ach da. Nicht. Also, ich erinnere mal dran, mit wem wir immer sonst so immer Let's Plays gemacht haben. Also, da halte ich mich ja immer noch für den Eifelsten. So, ach so, ich wollte... Meinst du? ...warte gucken. Kleines Stück noch. Wo bist du denn? Ah, wo hast du jetzt schon die Blaupause gemacht? Nein, weil ich habe ja noch keinen Platz. Ne, ist okay. Weil sonst mache ich die nämlich gleich. Mhm. Und dann baue ich uns da das Häuschen. Ja, dann würde ich sagen, stell erstmal so ein Ding dahin. Mhm. Und dann jetzt... Oh, nehmst du das Holz noch mit? Ach so, ich kann nicht... Weg ist es. Äh, aber eigentlich liegt kein Holz. Nö. Hm. So, dann brauche ich Papier. Ich kann ja... Ich kann ja... Da fällt mir doch... Kann ich ja mal wegschmeißen. Was baue ich denn dafür noch? Hat die immer noch Platz für Radioaktivpillen? Dass ich einen Slot noch frei kriege? Ich muss... Ne, gleich mit der Blaupause nicht mehr. Ja gut, dann baut ihr und ich gehe mal einmal weiter gucken. Mhm. So, wird gefertigt. Muss ich hier nochmal den Flusslauf finden. Ach, da vorne ist er. Ich finde halt, äh... Nicht, was ich jetzt gerade suche. Was suchst du denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das hier recht schön irgendwie. Ist es auch. Wenn man so in die Berge guckt, ist das echt... Ja. Jetzt habe ich gefunden. Aber ich habe nicht das richtige Material. Wo seid ihr? Äh, ich bin jetzt an dem Flusslauf. An... Das heißt, wenn ich hier einfach weiter geradeaus laufe, dem Wasser entlang. Dann sollte ich dich finden. Genau, dann kannst du... Ich sehe da... Ich sehe da jemanden flitzen. Also ich bin jetzt direkt beim... Beim... Wasserfall. Kann man das so nennen hier. Ich sehe... Ich sehe gerade mal... Aber auch ein bisschen was... Was flaches da vorne. Und da baue ich hin. Oh, Mais. Ich würde sehr gerne was essen. Wenn ich könnte. So, äh... Soll ich die Hütte 4x4 bauen? Äh, 2x2 bauen? 4x4 wäre ein bisschen groß. Das könnte reichen, ja. Ja, ja. Soll ja nur eine Zwischenstation sein. Genau. Du könntest nochmal... Du könntest nochmal kurz... ...neine Kiste schon mal irgendwo hinstellen. Hier so. Irgendwie. Warte mal, das kann ich essen. Erstmal kurz ein bisschen Holz loswerden. Brauchen wir hier Fenster drin? Auch zum Wasser hin wären Fenster schön. Ja, das wäre nett. Und wenn ich hier zum Bauhammer hätte, könnte ich auch was machen. Habe ich aber nicht. Weil ich könnte auch mal... Na ne, na ne, na ne. Eingeschlossen. Ah, da ist ein Ausgang. Du findest. Fallen lassen. Küste. Kürbisshagen ist zu fallen. Warum hast du die nicht einfach angepflanzt? Hätte ich machen können, aber hätte ich jetzt rausgehen müssen. Und da hattest du es... Oh, okay. Soll ich dir mal ein bisschen Holz hinschmeißen? Äh, sofort. Warte. Gerade dabei zwei Kisten zu craften. Oh, hier klappt ja sogar ein Spitzdach. Eigentlich bin ich auch deppert. Ja. Und eigentlich kannst du mich mal an den Füßen kratzen. Nein. Oh, Holz. So viel schönen Kram, den ich habe. Weil das kann ich mal weg. Und das kann ich mal weg. Und dann habe ich da schon mal 2-0. Also das, was ich hier mit habe, würde ich ungern irgendwo lassen. Das ist das Dumme. Ist nicht so, dass ich das so gesagt hätte, ne? Ich könnte die beiden Leuchten hier lassen. Ihr wollt ja keine mehr. Nee, brauche ich nicht. Aber wie gesagt, ich mache mich hier gleich einmal leer. Und dann kann man sich den Kram immer nochmal wiederholen. Dann tue ich jetzt nochmal meine Leuchten rein. Die ich nicht brauche. Die beiden. Kommt auch gleich noch eine Kiste. So. Und dann habe ich, äh... Denkst du, dass du auch nochmal ein Lagerfeuer machen wolltest? Ich habe das bisher noch nicht gesagt. Aber ja, kann ich gerne gleich machen. Aber wo magst du mal deinen zierlichen Hintern zur Seite nehmen? Ich mache schon ein Lagerfeuer. Gut. Brauchst du noch Holz fürs Dach oder so? Packe ich uns das hier Indianermäßig mitten rein? Ähm... Das Feuer? Ja, ich weiß nicht. Wollten wir das jetzt hier auch mit den Schlafsäcken machen? Ähm... Ja, können wir eigentlich machen. Ich wollte gerade sagen, also... Haben wir doch Stoff? Hast du die Kürbisse haben wieder aufgenommen? Ja, die habe ich draußen gepflanzt. Okay, wo denn? Ups. Ja, genau da etwa, wo du bist. Ach, das ist sehr gut. Dann mache ich nämlich... ...das gleiche mal mit dem Mais. Los. Also wenn... Wenn Abo gleich noch... Ich weiß nicht, wie viele habe ich denn jetzt? Ich habe die Blueprint reingepackt. Ich habe das Lagerfeuer fertig. Moment. Bitteschön. Schau mal da rauf. Scheiße, wo habe ich denn jetzt das... Ach, da. So, Schlafsack. Wo haben wir dich? Ja. Kraft. Schlafsack umbenennen. Also ich hätte noch 16 mal Stoff. Also wenn jemand irgendwie noch ein bisschen Stoff für dich hat... Dann würden mir noch vier mal fehlen. Ja, warte. Ich gehe mal kurz raus. Ich gehe mal gucken. Hier muss ja irgendwas sein. So, mein Schlafsack heißt jetzt Abo aus dem Posten 1. Und wenn ich... Da hinten ist ein Wolf. Nee, ist ein Schwein. Ist ein Schwein. Der kann mich jetzt auch mal... Jetzt bin ich ja drin. Was hältst du davon? Wir brauchen noch eine Tür. Ich mache nochmal schnell eine Tür. Ach, guck mal. Drehen kann ich das hier jetzt aber. Drehen könnte ich das jetzt, ja. Ach so, ja. Das geht. So. Ich bin hier nicht rein. Warum nicht? Wir brauchen da vorne unbedingt noch eine Leppe. Huch, ich bin ins Feuer gelaufen. Mann, ich bin so schlau. Angenehm warm geworden. Lassen wir mal kurz deine Blaupause. Ja. Bitteschön. Danke. Sag mal, dass die verbluten, das ist nicht mehr so, ne? Wer verblutet? Glauben nicht. Die Tiere. Weil sonst war es ja so gewesen, ich sag mal, wenn du sie zweimal angeschossen hast, dass sie nach ein paar Metern irgendwann mal verbluten. Aber das scheint ja irgendwie weg zu sein, ne? Ja. Falls du noch Holz brauchst, ich lege hier noch was in die Kiste. Mhm. Ja, ich denke mal, so reicht, ne? Und fertig ist. Ja, das reicht. Dann lege ich gleich die Blaupause und den Bauhammer auch in die Kiste. Hm? Ich sag dann, oh. Jetzt ist mir mein Metall ausgegangen. So, ich hab jetzt wieder 25 mal Stock hab ich jetzt. Mir ist jetzt mein Stein ausgegangen, du. Okay, wenn du mir das gibst, dann kann ich mir auch einen Schlafsack machen. Sehr schön. Unsere Tür steht hier offen. Bert, du hast doch noch Stein, ne? Nein. Gib mir mal ein wenig. Was heißt ein wenig? Naja, so viel, dass ich hier noch dreimal mit Stein aufwerten kann. Also nicht wirklich viel. Etwa so 20.000 Stück. Um und bei. Du, geh mal den Berg da hoch, da findest du was. Na, gib mal her. Hier, ich möchte hier oben noch dreimal aufwerten. So, Xyra einmal. Ja, danke. Ah, wo? Da. Was denn? Ich hab einen Schlafsack, hier. Geh nicht im Schlafsack, sondern geht um deine Steine. Danke. Bei dir weiß man ja nie. Was? Hat er recht. Was? So. Es tut mir leid, während es craftet. Ich muss noch einmal an meiner Möhre knabbern. Ach, jetzt wird es direkt give it to friend? Jetzt haben wir ein Flachdach. Ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Das sieht jetzt auch ein bisschen doof aus, aber deswegen, wir können es ja eh nicht mehr abreißen. Ich hab jetzt in die Bohnentextur noch neu oder was? Ich hab jetzt in die, ich hab jetzt in die, ich hab jetzt in die eine Kiste. Natürlich. Ne, Stein. Ich hab jetzt in die eine Kiste, hab ich jetzt Bauplan und Bauhammer mit reingepackt, ne? Mhm. Ja. Sag mal, wollt ihr euer Fleisch nicht mal rausnehmen hier? Das verbrennt hier alles. Oh. Das Fleisch ist mal rausgenommen, ne? Ja. Da sind noch zwei drin, die nehm ich mal kurz raus. Ja, die sind verbrannt. Ja, verbranntes Fleisch kann man ja auch essen. Ja, das bringt aber nicht viel. Warte mal, die zwei, die drinnen waren, die schmeiß ich dir jetzt mal hier hin. Nehmen Sie die mal bitte. Habt ihr denn noch? Ja, ich hab noch an Mass. Nicole? Ich hab ich noch siebenmal. Ähm, ich brutzle mir gleich noch was. Okay. Können wir nachher, ich will nach Hause gehen, sonst irgendjemand brennt. Ist die ein wenig warm geworden? Hm, ein bisschen. Nee, das Fleisch können wir nachher aufteilen, weil ich hab, guck mal, jetzt siebenmal von dem Schwein, siebzehnmal Bär hab ich noch, also. Du willst sagen, du bist gut versorgt? Jo. Und ich teile ihr gern. Ja, dann brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Vielleicht ich teile gern, nicht, dass ich mit meinen Feinden zusammenarbeite. Warum denn mit deinen Feinden? Och. Das wüsste ich auch mal gern. Hab ich das grad gesagt? Das sind doch so nette dir die ganze Zeit schon. Das ist nicht sehr nett, nein. Also, so wie du redest, ist nicht sehr nett. Los, nu. So. Jetzt wollen wir ja mal gucken. Boah, vierzehnmal Schwein mittlerweile. Naja, hast du Schwein gehabt. Das kennen wir ja schon, ne? Zwölfmal schönes Metall. Über 2000, ach, über 2000 mal normales Metall. Mhm. Ist ja auch lustig. Oh, also wer auch immer sein Fernglas da reingelegt hat, das würde ich mitnehmen. Äh, mach das. Ich hab zu Hause eins. Achso. Das ist schon... Weil Fernglas ist nämlich echt eine schöne Sache. Ja, dann gib mir das doch, wenn du schon eins hast. Ja, das ist da an der Kiste. Kiste! Kiste! Da komm ich ja nicht ran. Doch, doch, doch. Da kommst du an die Kiste nicht ran. Doch. Mensch, und zieh dir doch endlich mal ne Hose an. Das würde ich ja gerne machen. Dein Altmänner-Arsch, das ist doch echt abtönt hier. Ich würde das ja machen, aber dann steht ja immer too hot. Also, mein Arsch ist einfach zu heiß. So, Außenposten. Errichtet. Außenposten-Check. So. Kann ich das Fernglas auch irgendwie, ähm... In die Hand nehmen und, ähm... Welche Farbe machen wir denn Außenposten? Gell? Bäh. Ja, ich dachte eher daran, dass ich ranzoomen und wegzoomen kann normal, aber so funktioniert sowas ja mit Fernglas. Mit Maus... äh, mit Mausrad. Damit kann ich nur wechseln. Stimmt, markieren muss ich auch noch. Ich hab's jetzt lila gemacht. So. Lila ist jetzt Außenposten. Ich kann mit dem Mausrad nicht rauszoomen. Dann wechsle ich. Dann hab ich die Fackel in der Hand, wenn ich Mausrad mache. Oder muss ich da nur irgendwas drücken? Wenn du erst vorher rechte Maustaste drückst, dann kannst du rauszoomen. Ich hab die rechte Maustaste gedrückt. Du lügst. Ich hab jetzt die rechte Maustaste und jetzt guck ich durchs Fernglas. Ach, du willst jetzt auf der Karte markieren, ne? Hm? Nee, er will durchs Fernglas gucken. Ach so. Ich will auf der Karte markieren. Ist schon klar. Ach so, du willst auf der Karte markieren. Okay. Ich meinte, das ist jetzt nicht so bad, weil ich drehe die ganze Zeit vom Fernglas und der sagt, du willst auf der Karte markieren. Ach so, nee, ich war eben gerade noch bei der Karte gewesen, deswegen. Aber ich kann mit dem Mausrad, kann ich nicht zoomen, sondern nur wechseln. Nee, du kannst nur das, was dein Fernglas hergibt, da jetzt gerade so. War das denn mit rechter oder linker Maustaste durchtippen? Nee, es ist ein Fernglas. Nun glaub es uns doch, wenn wir das schon zu zweit sagen. Ja, dann ist das linke Maustaste. Ach was. Was denn? Ich soll die rechte Maustaste drücken, dann die linke Maustaste drücken? Ach so. Dann ist das Fernglas, guckst und dann linke Maustaste. Ach guck mal, man muss ihn einfach noch ein bisschen beschimpfen. Das wäre eigentlich, wenn du so durchs Fernglas guckst, das wäre eigentlich glatt irgendwie so ein Thumbnail wert. Wäre echt gut aus. Ja, vor allem mit seiner Brust, die hier schon wieder rausguckt auf meiner Seite. Guck mir nicht immer auf der Brüste. Ach nun komm schon. Stell die nicht so an. Das bleibt doch unter Freunden. Aber wenn du mal von der Seite so reinduschst, unten im Schritt, er ist auch nicht rasiert, kann das sein? Ich würde ja reingucken, wenn du mich lassen würdest, jetzt hat er sich angezogen. H-Batch. Ihhh, er rasiert sich nicht. Ihhh. Ah wo, das Wollschaf. Boah, wollen wir, wollen wir gleich in der nächsten Folge, weiterlaufen, ja. Weiterlaufen. Das wäre durchaus ein Plan. Wir haben jetzt hier wirklich so ziemlich alles erreicht, was wir nicht erreichen wollten, aber erreichen konnten. Wir haben unser Mini-Häuschen hier stehen, was eher aussieht wie eine Gefängniszelle. Ist ja egal, man ist in der Nacht sicher. Genau. Und wir können noch anbauen, wir haben ja Bauplan und Bauhammer drin. Prost. Jetzt habe ich nur... Prost. Ich sehe Nippel, Nippel-Alarm. Bäh, 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 bäh. Aber ja, Abo, ich muss auch sagen, deine Brüste gehen noch ganz schön weit auseinander. Na? Himbe. So. Schön würde ich finden, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Rust. Ciao, idö. Soll ich Bert mal helfen, dass er ein bisschen mehr hört? Tschüss. Tschüss. Mach mal. Und tschüss. 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 Tschüss.